unser nächster pick ist tom peter matt von bärschot aus der belgischen liga ja bärschot ist jetzt ein verein der sehr sehr wahrscheinlich absteigen wird und deswegen muss man das auch mit vorsicht behandeln das heißt es ist jetzt eigentlich keiner für längerfristig aus man spekuliert darauf dass er dann wechselt aber das ist einer der eigentlich schon auch wirklich gute leistungen bringen kann und jetzt hier in seinem l5 eben zwei schlechte ergebnisse drin hat mit einem all around mit einem minus all around was ja nichts ideales und wir sehen hier kann auch mit ohne decisive 60 score nun 64 auch mal 78 also der macht keine decisive der lebt von seinem all around und er ist jetzt hier ja definitiv nicht am absoluten minimum ist klar die saison läuft wieder voll und ja der ist jetzt vielleicht noch um den bereich zu haben also unter zehn euro vielleicht ist aber eventuell auch einer für threshold aber meiner meinung nach einer der im wert dann doch wieder ja ganz gut zulegen sollte und vielleicht auch einer die mal schnell wieder verkauft ja